ok was macht eine bombe gino berg meine freunde was gedacht ich schneide hier gerade das neueste video gegen den lieben vain das ding ist einfach in diesem video ihr müsst euch so denken die witze die da kommen von ser touch sind gar nicht lustig das ding ist ich sitze vain gegenüber mit wasser im mund ja ihr müsst euch das vorstellen und dann guckt uns ser touch so an so weißt du guckt uns an liest vor und es war einfach man konnte nicht halten man konnte das wasser im mund einfach nicht halten und ich esse jetzt noch mein eis weiter schneide weiter viel spaß mit dem video folgen den gebäck meine freunde was geht ab heute machen wir versucht nicht zu lachen stellen scheiß das so mit wasser und einfach vor allem so eine dumme idee kommen wir es ist halb zwei digger freunde drüben dann passt noch mal aber dann passt noch mal er 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 Ich glaube wir müssen echt mit Bestrafung machen sonst wird das nichts aber ich glaube wir brauchen echt wir brauchen echt, sonst wird das nichts wir machen einen Salzlevel 2-0 Was macht eine Bombe im Bordell? 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 3-1 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 2-0 1-0 Ey, das kam nicht mal in den Nachmitteln, es warst du 5-2. Ja, 4-1 vielleicht. Okay, 4-1. Ach, Digga, Augen. Are you ready? Mhm. Jungs, ehrlich. So wird das nix. Liko ist ein Gericht an von Liko. Die sind gefeiert. Okay. Ja? Wie nennt man den Flur eines Iglus? Eisdiele. Was sagt der große Stift? Zum kleinen Stift. Wachsmalstift. Sagt der Pessimist? Schlimmer geht's nicht. Sagt der Optimist? Doch. Was ist groß, grau und kann telefonieren? Ein Telefant. Welches ist die lustigste Automarke? Was macht ein Clown im Büro? Wachsmalstift. Oh. Wachsmalstift. Wachsmalstift. Okay, nein. Ich hab mir so viel mit dem Jäger. Der hat so gleich Spritze ins Gesicht bekommen. Jäger. Ja, ich hab ihn mal. Ich hab ihn mal. Ich hab ihn doch nicht. 6, 6, 2? Ja. Das sind 2, ich hatte doch viel. 6, 3. Verloren. 10 Fragen haben wir gemacht. Stimmt. Richtig. Könnt nicht so alles gucken. Das war schlimm. Ihr werdet das Video erst sehen und habt ihr schon gesehen, dass ich mit 15 Minuten habe. Nein. Oh. Okay. Oh. Nein. Nein. Oh. 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 Yeah. No.